In diesem und den nachfolgenden Videos möchte ich die Hilkona Pasta Klassiker vorstellen. Diese darf ich im Rahmen eines Produkttests der Freundin Trend Lounge testen. Bevor das große Kochen aber losgehen kann, müssen die Produkte natürlich erst einmal ausgepackt werden, wie in diesem kurzen, einleitenden Video zu sehen ist. Da das Öffnen eines Pappkartons nicht sonderlich interessant ist, habe ich an dieser Stelle einmal vorgespult. Als erstes findet man einen Begleitbrief, das Magazin Freundin und die Testerbroschüre vor. Nun kommen wir zum spannenden Teil des Paketes, der Pasta. Diese wurde, wie man sehen kann, sehr gut gekühlt geliefert. Insgesamt habe ich sechs Packungen von der Pasta von Hilkona erhalten. Zwei Packungen Tortellini, die mit Ricotta und Spinat gefüllt und mit Pinienkernen verfeinert sind. Eine weitere Sorte, die mit Rind und Schweinefleisch sowie getrockneten Tomaten gefüllt ist. Und bei der dritten Variante soll die cremige Käsefüllung durch schwarzen Pfeffer eine besondere Note erhalten. Die drei Geschmackssorten klingen äußerst interessant und ich bin daher umso gespannter darauf, wie es Familie, Freunden und natürlich auch mir schmecken wird. Über die Geschmackserlebnisse werde ich dann in einem weiteren Video berichten. Bis zum nächsten Mal.